Frag den Reto, zack, boom, online, das ist wissenschaftlich, also heute geht es um ganz komplizierte Zusammenhänge und so. Wieso, warum, weshalb? Also, wieso entnehme ich einer Waschmaschinen-Tömbler eine ungerade Anzahl Socken, obwohl ich eine gerade Anzahl hineingesteckt habe? Gerade mal ordnen, jetzt müssen wir die jetzt erst alle zusammen umdrehen, die zwei passen nicht zusammen. Da musst du nur die Gäste raussuchen, das ist gut, das hier und das hier, das funktioniert auch. Und schon haben wir den springende Punkt, einsack. Jetzt, warum ist das so? Jetzt muss man das suchen, jetzt muss man das in die Waschmaschine suchen und mit der anderen Wasch, die man... Ich habe es gefunden, und zwar in den Hosen, in den Jeans. Fazit, meine Sockensammlung ist vollständig. Du darfst nicht aufgeben, oder? Es kann auch sein, dass einer der Tontasche noch innen ist, für das Kind und so.